Ich will mich auch nochmal bedanken, dass ihr da seid, weil es nicht selbstverständlich ist, am Sonntag herzukommen. Vor allem ist es wichtig, dass wir Solidarität gemeinsam da auslegen. Nicht nur im Internet, also mit Likes oder Positionen oder nur Glauben, aber wir helfen hier wirklich den Läufern, dass sie gut verpflegt sind und überstehen den Tag. Andererseits auch diese 1100 Euro in der Donaustadt, alleinerziehende Mütter und Leute, die in Not sind. Und andererseits ist auch etwas Positives für uns, weil wir treffen uns hier und gemeinsam verbringen den Tag. Ich freue mich auf, dass ihr da seid und hoffe, nächstes Jahr auch. Grüß Gott. Mein Name ist Mohsen Zahiri. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin beim Studienlehrgang. Und heute ist es am Vienna-CPR Marathon. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Und heute helfen die Leute, die heute hier laufen, helfen. Und ich bin sehr froh, dass ich heute da bin. Und ich kann für die Leute, die heute hier laufen, helfen. Hallo. Mein Name ist Anastasi. Ich komme aus Russland und ich bin Studentin von VWU. Und ich bin froh, dass ich hier bei Vienna's Marathon helfe. So. Danke. Hallo. Ich heiße Hassan. Ich komme aus dem Irak. Ich studiere beim VWU, beim Vorstudienlehrgang. Und ich bin heute ganz froh, dass ich auch bei Marathon City eingeladen werde. Und wir helfen auch den anderen Menschen. Und wir geben auch Wasser und Banane und Cola. Und ja. Tschüss. Hallo. Ich heiße Cleandro. Ich komme aus Albanien. Ich bin ein Studentin vom Studienlehrgang. Und ich komme hierher, um den Menschen zu helfen. Hallo. Ich heiße Leo. Und ich komme aus der Türkei und Albanien. Ich studiere bei der Vienna Vorstudienlehrgang. Und es freut mich hier zu sein. Hallo. Ich heiße Alejandra. Ich komme aus Mexiko. Und ich studiere bei der VWU. Und wir sind bei der Vienna City Marathon. Vielen Dank. Das war Vienna City Marathon 2018. Vielen Dank an alle, die hier waren und geholfen haben. Also wir waren über 60 Leute zusammen. Und wir haben verpflegt an die 50.000 Leute. Und jetzt bleibt noch immer M48. Sie sammeln noch Becher. Und in einer Stunde ist alles weg, wie als ob es nie was gewesen war. Danke noch einmal. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Danke euch.